Hallo liebe Leute, ich bin der Joachim Schönenkorb, bin im betreuten Wohnen von Dürth und es hat eine Mitteilung an euch zu machen. Wenn ihr gut leben wollt zuhause bitte immer gut durchlüften. Alle Fenster auf maximal oder so oft wie es geht, fünf bis zehn Minuten. Da verbreitet sich keine schlechte Luft in der Wohnung und man fühlt sich immer gut. Auch Atmen und wenn man eine Bakunentür hat, ganz aufmachen bitte, damit ihr euch besser in der Wohnung fühlt. In geschlossenen Räumen verteilen sich die Bazillen wie ein Sandanbär. Da seid ihr schneller krank als draußen. Die Viren können sich in der Wohnung schneller verbreiten, wenn alles zu ist. Wenn alles offen ist, können die wieder nach draußen verfliegen und ihr lebt dann zuhause gesünder.